Yo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Daddy Shops und oh mein Gott Leute, wir haben einfach einen kostenlosen Emote. Heute im Shop werde ich gleich noch mehr zu sagen, der Hot Merit oder ja Hot Merit würde ich sagen heißt das, ähm zeitlich begrenzt, wahrscheinlich auch nur für ja kurze Zeit jetzt verfügbar. Also Leute, holt euch auf jeden Fall diesen Emote, ich werde ihn auch gleich nochmal abspielen. Fangen wir aber wie immer auf der linken Seite an, dort haben wir erstmal den Fehlerverteidiger drin, wie gestern noch für 1500 V-Bucks. Ein ziemlich lustiger Skin, ich fahre ihn persönlich. Auf dem Rücken hat er so ein leicht angerissenes Ei, ihr seht es hier schon, ja ziemlich niceer Skin und auch diesen Skin werde ich ja noch bis heute Abend verlosen. Das heißt, ihr könnt bis heute Abend noch diesen Skin und das gesamte Set, also insgesamt 5000 V-Bucks hier gewinnen, die ich ja heute verlose. Alles was ihr dafür tun müsst, um hier die V-Bucks zu gewinnen, ist einfach nur mich als Creator einzutragen. Also hier bei unterstützendem Creator, dort einfach nur Snogsy einzutragen und dann auf Annehmen zu klicken. Und ich möchte das Ganze ja nicht nur für die Leute machen, die Instagram haben, deswegen könnt ihr, wenn ihr das gemacht habt, einfach mal einen Hashtag Creator und in die Kommentare schreiben. Und ja, da könnt ihr auch so am Gewinnspiel bis heute Abend noch teilnehmen. Heute Abend, ja, werde ich das auflösen, beziehungsweise auslosen und dann morgen früh auflösen. Das heißt also, genau, am Ende des nächsten Shop-Videos kommt dann die Auflösung, wer hier die 5000 V-Bucks insgesamt gewonnen hat. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Glück und danke an jeden, der hier Snogsy als Creator einträgt, weil das ermöglicht mir überhaupt hier, die Gewinnspiele zu machen. Davon finanziere ich das. Und ich habe auch schon was Krasses geplant für den Dezember. Ich habe da schon so ein kleines Weihnachts-Special geplant, was über mehrere Tage und Wochen gehen wird. Also ja, man kann auf jeden Fall gespannt sein. Deswegen ja, danke an jeden, der Snogsy dort einträgt. Und dann würde ich sagen, machen wir direkt mit dem nächsten Slot weiter. Dort haben wir den Schneebissen drin für 500 V-Bucks, die passende Hacke. Ich bin mal kurz in das Sound-Up. Genau, und dann haben wir noch das Flutterfiel drin für 800 V-Bucks, der passende Gleiter. Ebenfalls ein ziemlich lustiger Gleiter. Ja, gefällt mir auf jeden Fall. Werde ich ihn jetzt hier direkt holen. Und, ähm, jo, damit ich sagen, machen wir, äh, komm, Button, danke, machen wir mit dem nächsten Slot weiter. Dort haben wir heute das nächste Set drin. Gestern hatten wir ja den Wukong-Skin drin, heute haben wir das Rex-Paket drin. Kommt also wahrscheinlich jetzt jeden Tag ein, äh, ja, ein neues Paket in den Shop. Heute ist der Rex dran, mit seinem Backpack dazu und natürlich der Hacke und dem Gleiter. Das ist einmal der kräftige Biss. Und dann der Pterodactylus. Ja, ein ganz cooles Set. Insgesamt zahlt man dafür 3740 V-Bucks. Ähm, ja, wieder 15% Rabatt, wenn man sich das Ganze hier kauft. Und mir haben gestern, äh, viele in die Kommentare geschrieben, dass man auf jeden Fall auch die 15% Rabatt bekommt, wenn einem noch einzelne Sachen fehlen. Lohnt sich also jetzt zuzuschlagen und sich hier die Items zu holen. Und da kommen wir schon zur rechten Seite des heutigen Shops. Da haben wir im ersten Slot den Aufwärm-Wack-Demode drin für 800 V-Bucks, dieser Zombie-Tanz. Mir gefällt der persönlich ziemlich gut. Ich weiß, dass es einige Leute gibt, die den nicht so feiern. Ich denke, das ist einfach Geschmackssache. Auch ich finde die Musik zum Beispiel ziemlich, ziemlich cool. Andere feiern das vielleicht nicht so. Deswegen, ja, muss jeder selbst entscheiden. Ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen. Nützt mich sehr gern. Dann haben wir noch im nächsten Slot den Skin ins Schwarze drin für 800 V-Bucks. Ein relativ preiswerter Skin. Für den Preis lohnt er sich auf jeden Fall. Also 800 V-Bucks gehen auf jeden Fall klar für den. Und da kommen wir schon zum Highlight des heutigen Tages, nämlich dem neuen kostenlosen Emote. Und ich würde sagen, ich spiele ihn direkt mal ab. Ja, finde ich ziemlich cool gemacht. Das Ganze ist übrigens eine Kooperation zwischen Disney und Fortnite. Denn ich denke, viele von euch haben das ja schon mit Ralf Reichs mitbekommen. Dieses, was da in Risky Reels auf der Leinwand abgespielt wurde. Und es steht jetzt auch schon hier in den Neuigkeiten. Es bebt. Bringen die Tanzfläche mit dem Emote Hot Merit zum Beben. Holt es euch kostenlos im Itemshop. Copyright 2018 Disney. Das Ganze ist also eine Kooperation zwischen, wie gesagt, Disney und Fortnite. Ich glaube, zum Kinostart jetzt vom neuen Ralf Reichsfeld. Beziehungsweise jetzt, ich glaube, der Trailer ist rausgekommen. Genau, der kommt irgendwie bald in die Kinos. Und dazu ist halt dieser Emote heute als quasi kleines, als kleiner Fun-Gag kostenlos drin. Finde ich auf jeden Fall ziemlich nice, dass wir so eine Aktion mal machen. Nur wie Berks schaut auch ziemlich lustig aus. Ja, also auf jeden Fall heute mal in den Shop gehen und sich den Emote auf jeden Fall holen. Weil es ist nicht bekannt, wie lange das drin bleiben wird. Es steht auf jeden Fall zeitlich begrenzt. Da heißt also, ja, wir werden nicht lange Zeit haben wahrscheinlich, sich den Emote zu holen. Also geht auf jeden Fall heute mal online und holt euch diesen Emote. Dass ihr den auf jeden Fall kostenlos bei euch im Moment habt. Und wenn ihr dann schon im Fortnite-Shop seid, könnt ihr natürlich gerne hier kurz auf Unterstützer einen Creator gehen und dort Snoxy eintragen. Beziehungsweise danach schauen, ob dort Snoxy noch drin steht. Denn alle 14 Tage setze ich das zurück. Das heißt, dann muss man das Ganze neu eintragen. Also falls bei euch nichts mehr drin steht, gerne mal Snoxy dort eintragen. Snoxy meinen Kanal und dann gleich jetzt hier ins Ende dran. Und dann einfach nur auf Annehmen klicken. Und ja, dann könnt ihr auch schon am heutigen Gewinnspiel teilnehmen. Denn heute verlose ich wieder 5000 V-Bucks. Also falls ihr die gewinnen wollt, einfach nur Snoxy als Creator dort eintragen. Und ein Hashtag Creator unten in die Kommentare. Und ja, schon könnt ihr am Gewinnspiel heute teilnehmen. Und dann machen wir schon weiter mit dem letzten Item im heutigen Shop. Nämlich der Turmspezialistin für 800 V-Bucks. Ein relativ schlichter Skin. Ich persönlich feier ihn nicht so, hab ihn mir auch nicht geholt. Weil er doch sehr defaultmäßig ausschaut von den Farben her, meine ich. Denn, ähm, ich persönlich finde diese default-ähnlichen Skins nicht schlimm. Äh, ich mag es nur nicht, wenn die Farben von denen sehr nah an den, äh, Standard-Default-Skins sind. Und ich finde, der schaut halt wirklich sehr, sehr standardmäßig aus. Da ist relativ wenig Besonderes. Deswegen hab ich mir den persönlich eher nicht geholt. Genau, das war's dann schon zum heutigen Daddy-Shop. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu seid, könnt ihr gerne jetzt noch abonnieren. Und, äh, ihr könnt auch wieder jetzt rechts oben abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet. Und jo, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Samstag. Habt ein entspanntes Wochenende. Wir sehen uns morgen wieder zum nächsten Daddy-Shop. Bis dann, macht's gut. Tschüss.